Deutschland ist eine Torhüternation. Jahrelang haben unsere Keeper zu den Besten der Welt gehört. Aber der DFB warnt, das könnte sich bald ändern. Ab 2028 gibt's laut einer Untersuchung keine Weltklasse-Torhüter mehr. Schon jetzt ist das zu spüren. Manuel Neuer ist die klare Nummer eins. Er ist schon im Herbst seiner Karriere. Es drängt sich niemand wirklich auf, langfristig in seine Fußstapfen treten zu wollen und eine Ära zu prägen. Tja, in anderen Ländern sieht's deutlich besser aus. Die Schweiz hat zum Beispiel viele Top-Torhüter. Jan Sommer ist gerade zum FC Bayern gewechselt. Er soll die Lücke schließen, die es wegen der schweren Verletzung von Neuer gibt. Gregor Kobel hat bei Borussia Dortmund eine rasante Entwicklung hinter sich. Und Jonas Umlin ist mit großen Vorschusslorbeeren zu Borussia Mönchengladbach gekommen. Auf ihn können wir echt gespannt sein. Um noch deutlicher zu werden. Bei den Top-Klubs in der Bundesliga stehen gerade mehr Schweizer als deutsche Torhüter zwischen dem Pfosten. Grund genug, um mal detailliert über die Ausbildung in der Schweiz zu reden. Da wird nix dem Zufall überlassen, sie gehören wirklich zu den Besten der Welt. Wie aus diesem kleinen Land eine echte Torhüternation wurde, klären wir jetzt. Los geht's. Vorne weg für dieses Video hab ich einen Experten interviewt. Patrick Forletti. Er ist aktuell Torwart-Trainer der Schweizer Nationalmannschaft und, wenn man so will, das Gesicht der Ausbildung. Er hat sie komplett auf den Kopf gestellt. Wie genau, hat er mir erzählt. Vielleicht können sicher die Deutschen davon was abschauen. Starten wir kurz mit der Vorgeschichte. Die Schweiz hat schon immer vereinzelt gute Keeper gehabt, aber in der Breite fehlte die Qualität. Das lief nämlich einiges schief. Patrick Forletti erlebte das hautnah mit. Er spielte den Großteil seiner Karriere nämlich in der Heimat, unter anderem beim Grashopper Club Zürich. Dort durfte er in den 90er Jahren auch mal in der Champions League ran, um ganz genau zu sein, insgesamt dreimal. Das Problem, damals gab's kein echtes Torwarttraining. Stattdessen sah's dann so aus. Katastrophal. Unter den Bällen links und rechts, zwei unter Flanken und am Schluss noch unter lange Bälle. Von daher war ich noch in den Kinderschuhen. So ein Training bringt halt nix, vor allem auf Profi-Niveau. Als aktiver Spieler hat sich Forletti deshalb Notizen gemacht. Er schrieb seine Ideen auf, es entstand ein Konzept und das war dann quasi der Grundstein. 2007 hat er dann seine aktive Karriere beendet und direkt als Torwarttrainer gearbeitet. Erst beim FC Luzern, dann bei den Grashoppers. Was krass ist, zu der Zeit etablierte sich erst dieser Job in der Schweiz, also relativ spät. Man hinkte hinterher. Vor 13 Jahren hat sich dann der Verband gedacht, okay, bei der Ausbildung von Torhütern ist wirklich noch Luft nach oben, da muss sich einiges ändern. Forletti übernahm den Job, aber nicht jeder Cheftrainer fand seine Ideen gut. Und das ist noch sehr positiv formuliert. Jetzt kommt der junge Fox und erklärt uns, wie wir besser machen sollen oder anders machen sollen. Also der Widerstand war groß, aber das ist immer so, wenn etwas Neues kommt, die erste Reaktion ist immer weg damit. Es hat halt ein großes Problem gegeben. Obwohl die Schweiz ein relativ kleines Land ist, fehlte eine eigene Torhüter-DNA. Da ist es wichtig, die Kultur zu verstehen. Es gibt, um es mal ganz grob zu sagen, drei Regionen. Die Deutschschweiz, die Romandie und Tessin. Dort wird jeweils eine andere Sprache gesprochen und die Ausbildung sah überall anders aus. Es fehlte also eine klare Linie. In Tessin, wo ich aufgewachsen bin, war unter Prozent die italienische Schule, sehr technisch geprägt, viel Athletik und so weiter und so fort. Und in Romandie hat man sich orientiert, was man in Frankreich gemacht hat. Tja, und in der Deutschschweiz war eben die Bundesliga der Maßstab. Für Folletti gab's deshalb die Herausforderung, alle Regionen und so auch die Kulturen zu vereinen. Im Fußball sollten sie eine gemeinsame Sprache sprechen. Und jetzt können wir sagen, ja, das hat geklappt. Die Entwicklung des Schweizer Fußballs ist echt rasant. Und deshalb würde ich sagen, lasst uns doch mal darauf ein bisschen genauer blicken. Das Herzstück ist natürlich Punkt eins, das Training. Gehen wir da mal die Eckpunkte durch. Oberste Priorität hat, dass mit Sinn und Verstand trainiert wird. Im wahrsten Sinne des Wortes. Konkrete Spielsituationen werden simuliert. Das heißt, man überlegt, was beim Spiel am Wochenende passieren kann. Und darauf werden die Keeper dann vorbereitet. Intensität ist sehr wichtig. Da geht's gar nicht ums Körperliche, sondern vor allem ums Mentale. Es sind sehr komplexe Übungen, bei denen man gedanklich nie abschalten kann. Es werden sehr viele Reize gesetzt. Marvin Hitz, früher Torhüter beim FC Augsburg und Borussia Dortmund, hat sich zum Training unter Folletti mal geäußert und meinte, Zitat, bei ihm ist viel Abwechslung drin. Er achtet auf die Spritzigkeit. Ja, mittlerweile gibt's ein breites Repertoire an Übungen. Wenn ich eine Übung kreiere, mache ich einen Moment die Augen zu auf den Platz und stelle mich vor, wenn ich meinen Torhüter dort platziere, dort bewegen, dort irgendwo hinschicken, passiert das wirklich ins Spiel. Oder das ist einfach eine schöne Übung für vielleicht eine Instagram-Story, aber das hat nichts mit Fußball zu tun. Ab und zu probiert Folletti dann auch mal neue Dinge aus. Zum Beispiel so eine spezielle Sonnenbrille. Das Prinzip ist simpel, die Sicht wird schlechter. Es wird erst dunkel, dann wieder hell, dann wieder dunkel. Für den Torhüter ist es so schwerer, die Flugbahn des Balles zu erahnen und den Schuss zu halten. Sprich, man muss antizipieren. Es stimuliert das Gehirn und erhöht die Konzentration. Mittlerweile wird sie bei vielen Clubs verwendet, damals war's halt komplett neu. Die Sonnenbrille hatte Folletti zufällig mal gefunden, die Keeper waren dann quasi seine Versuchskaninchen. Und nicht jeder war ein Fan davon. Ganz im Gegenteil. Übrigens, Diego Benaglio hat die Brille gehasst. Also kann ich nicht anders formulieren. Nach zwei Einheiten habe ich mit dem jungen Sommer und jungen Bürki weiter mit der Brille trainiert. Aber Diego hat die Brille, glaube ich, nur zweimal gesetzt. Und ich sage, den Scheiß kannst du in Zimmer lassen. Ich will nichts davon. Im Verein wird die Brille dann in der Regel so zwei bis dreimal pro Woche getragen. Es gehört fest dazu. Halt mal fest, in der Jugend hilft das einheitliche System, um eine eigene Schweizer DNA zu haben. Die Ausbildung ist auf einem guten Niveau. Als Profi ist es dann das moderne Training, Spielszenen werden simuliert und so kriegen die Torhüter auch eine gewisse Sicherheit. In der Schweiz gibt's also einen ganz klaren Plan. Und so hat man sich einen guten Ruf verarbeitet. Der Grundstein für die jungen Torhüter ist also gelegt. Als nächstes ist Punkt zwei wichtig. Die Spielpraxis. Erfahrung sammeln, aus Fehlern lernen und sich so entwickeln. Gerade in dem Alter ist es natürlich enorm wichtig. Die Schweiz hat grundsätzlich ein Problem. Die Ligen sind relativ klein. In der Super- und in der Challenge-League spielen jeweils aktuell nur zehn Teams. Das Gute ist, das ändert sich bald, es gibt eine Reform. Aber aktuell ist es halt noch so. Dadurch stehen automatisch weniger Stammplätze zur Verfügung. Für junge Keeper ist das natürlich ein Nachteil, denkt man zumindest. Denn positiv ist, Patrick Folletti hat viel Werbung für die Talente gemacht. Es kann ja beispielsweise auch eine Chance sein, auf sie zu setzen. Zum einen ist die spielerische Qualität schon gut. Zum anderen kann es sich finanziell lohnen, sie dann später teuer zu verkaufen. Trotzdem war es natürlich alles andere als ein Selbstläufer, die Klubs davon zu überzeugen. Du brauchst einen Cheftrainer, wo, sorry auf Deutsch gesagt, die Eier hat, in der Meisterschaft zu gehen, mit einem 19-Jährigen und nicht immer mit einem 36-Jährigen, wo er erfahren ist und ihm irgendwie eine gewisse Sicherheit gibt, wo keine schlussendlich ist. Das Motto ist, älter ist nicht automatisch besser. In der Schweiz bekommen tatsächlich junge Torhüter früh eine Chance. Philipp Köhn beispielsweise ist den Umweg über die zweite Liga gegangen, eine Laie zum FC Will. Erst war er überhaupt kein Fan davon und meinte, was will ich da? Das hat mir Folletti erzählt, aber dieser Schritt war Gold wert. Köhn wurde nämlich reifer. Mittlerweile ist er bei RB Salzburg die Nummer eins und spielt dort in der Champions League. Dazu ist er bei der Schweizer Nationalmannschaft im erweiterten Kreis. Übrigens, Köhn besitzt die doppelte Staatsbürgerschaft, also auch die deutsche. In der Jugend hatte er ab und zu den Adler auf der Brust, aber jetzt spielt er lieber für die Schweiz. Den Grund hat er mal verraten, Zitat. Tja, das ist der typische Schweizer Weg und bei weitem kein Einzelfall. Schauen wir uns mal die aktuelle Situation an. In der Super- und in der Challenge League gibt's jeweils zehn Klubs. Bei knapp der Hälfte steht ein Torhüter regelmäßig im Kasten, der maximal 25 Jahre alt ist. Hier seht ihr die Liste mit den einzelnen Klubs. Es ist natürlich wichtig, Rückschläge zu verzeihen. Die Talente sind oft nicht so konstant, aber sie verbessern sich. Die Konsequenz ist, dass viele Schweizer schon sehr früh sehr weit in der Entwicklung sind. Der nächste Schritt ist dann logischerweise der Wechsel ins Ausland, oft in die Bundesliga. Und der Grund liegt auf der Hand. Es ist dort leichter, sich zu integrieren. Wenn wir auch Deutsch reden, vielleicht ein bisschen lustig ist. Aber wir verstehen uns. Die Kultur, die Werte, die Grundwerte sind die gleichen. Halten wir fest, die Schweiz lässt tatsächlich Taten auf die Worte folgen. Der Fokus wird auf die Ausbildung gelegt. Talente haben dort eine gute Perspektive. Sie bekommen genug Zeit, um zu lernen und sich so zu entwickeln. Für die Vereine wiederum ist es finanziell attraktiv. Sie kriegen günstig Spieler mit Potenzial und können sie dann später verkaufen. Das ist eine Win-Win-Situation. Jeder profitiert. Und auch deshalb gibt's so viele gute Schweizer Keeper. Für den Sprung zu einem Top-Torhüter ist dann noch Punkt 3 entscheidend. Die Karriereplanung. Es ist wichtig, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Ist ja logisch. Ein falscher Wechsel kann dafür sorgen, dass die Karriere in Stocken gerät. In der Schweiz gibt's eine unabhängige Beratung. Patrick Foletti spricht viel mit den Torhütern, baut so Vertrauen auf und hört sich um, was auf dem Markt passiert. So kann er helfen und das hat einen ganz großen Vorteil. Am Ende des Tages steht immer eine Person da, die neutral ist. Weil in der ganzen Transfergeschichte, wo soll der nächste Step hingehen? Es gibt viele Parteien, die mitwirken und ihr Senf dazugeben. Und die sind jeder von seinem Blickwinkel parteiisch. Ja, wo Geld ist, können auch schwarze Schafe sein. Rein sportlich kann er natürlich gut bewerten, wie weit der Keeper in der Entwicklung ist und so auch Tipps geben. Da gibt's einen konkreten Fall. Gregor Kobel. Was viele nicht wissen ist, bei seinem Jugendclub, den Grashoppers, hatte er keine Perspektive. Zitat, Mir wurde vom Verein nicht aufgezeigt, dass man auf mich setzt oder auf mich baut. Ich war die Nummer zwei oder Nummer drei in der U18 und keiner sagte, Greg, wir finden dich gut, wir wollen mal, dass du hier Profi wirst. Krass, oder? Aus heutiger Sicht ist es natürlich total absurd. Die TSG Hoffenheim hat zu dem Zeitpunkt einen Torhüter im Jahrgang 97 gesucht. Und wen haben sie angerufen? Ja, richtig. Volletti. Er hatte eine Idee und der Rest ist Geschichte. Kobel wurde ein konkreter Fünf-Jahres-Plan vorgelegt und deshalb ging er dorthin. Ein großer Schritt und jetzt können wir sagen, alles richtig gemacht. Das ist auch Talentmanagement. Klar, wir haben eine Vision, es soll der Schweizer Weg sein, aber situativ. Wenn ein anderer Plan besser ist, dann sind wir nicht da, zu sagen, nein, geh nicht in Ausland. Im Gegensatz. So, ein weiterer Baustein ist die Professionalität. Auch das gehört dazu. Wir alle wissen, talentiert zu sein reicht im Profifußball nicht, um erfolgreich zu sein. Harte Arbeit ist nötig. Die jungen Keeper brauchen Vorbilder und die gibt's in der Schweiz. Jan Sommer beispielsweise, er ist 34 Jahre alt und für sein Alter extrem fit. Es gibt kaum jemanden, der härter an sich arbeitet. Um ihn herum ist ein rund zehnköpfiges Team. Ein Mentaltrainer, ein Personal Coach, es gibt Personen aus dem medizinischen Bereich in seinem privaten Umfeld und und und. So kann er auf hohem Level performen. Volletti arbeitet schon seit vielen Jahren mit ihm, sieht das und versucht es dann auch weiterzugeben. Das ist immer ein Message, wo ich an meine junge Torhüter gebe, wenn sie vielleicht so ein Gesicht machen, wenn du sagst, ja, vielleicht müsstest du so etwas mehr machen, als was wir jetzt gemacht haben. Halt mal fest, die Talente bekommen Hilfe. Am Ende müssen sie es halt selbst umsetzen. Sind diese ganzen Punkte exklusiv? Nee, natürlich nicht. Auch andere Länder setzen so Dinge um. Die Schweiz hat es halt geschafft, das auf einem sehr hohen Level zu machen und der Erfolg gibt ihnen recht. In Deutschland wiederum steht man noch am Anfang. Beim DFB gibt's jetzt das Projekt N28, um eine eigene Torwart-DNA zu erstellen. Was es schon gibt, ist diese fancy Grafik. Zehn Gene brauchen die Talente, um wirklich erfolgreich zu werden. Jetzt geht's halt darum, das umzusetzen und nachhaltig neue Strukturen aufzubauen. Bis in der Bundesliga diese neue deutsche Torhüter-Generation zu sehen ist, wird's natürlich noch dauern. Bis dahin werden wohl unter anderem die Schweizer bei uns Jörn Stempel aufdrücken. Gerade wird ja viel über den FC Bayern und den Torhüter-Nachwuchs diskutiert. Die Situation ist brenzlig und deshalb gibt's eine neue Folge Bolzplatz. Da hab ich genau darüber geredet und unter anderem auch über Jan Sommer. Hier ist die Folge verlinkt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsch ich gut Kick, haut rein und ciao.